Um eine Gleichung in das vorhandene Projekt einzubinden, tippen wir den Hinzufüge-Button an. Das Antippen des Buttons Mathematische Gleichungen öffnet ein Textfeld und eine Tastatur mit mathematischen Symbolen. Als Beispiel wählen wir die Funktionsgleichung y gleich x². Über den Schließen-Button entfernen wir die Tastatur. Der orange Button beinhaltet eine nützliche Zusatzfunktion. Tippen wir ihn an, wird der Funktionsgraf der eben eingegebenen Funktionsgleichung gezeichnet. Sowohl die Funktionsgleichung als auch ihr Graph sind einzelne Objekte, die verschoben werden können und mit Hilfe von zwei Fingern ausgerichtet werden können. Das am利етр sogenannt man untermezet werden. Ka Scripture, die Funktionsgleichung, die Funktionsgleichung wie die Funktionsgleichung, die wir in Sanctum existieren können. Du hast, als Landschafts Blo heavily anозяiano, zwangt die Rhe Werner mit Sherlock Mach道 am Panak quieten. Das ist natürlich das, dass Sie in warningschenечten, wie die Lausate der Ein跟我 tun sind. Und das wäre auch, wenn er für den Fall der Maxaten hat die Funktionsgleichung, som ich weiß.